Jo Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix und ja, ich würde sagen, machen wir weiter. Und ich weiß ganz genau, wo wir jetzt lang müssen. Wir mussten nämlich ein paar Gegner besiegen und dann zu Sid wieder zurückkehren und dann triggern wir was. Aber, ähm, ich suche erstmal diesen Ort, wo nochmal Sid sein könnte. Hm, Moment, da war das Hotel? Genau, hier muss ich. Genau. Okay, ich möchte erstmal weglaufen. Ach. Vielleicht besiege ich euch alle. Aber erstmal wollte ich kurz gucken. Okay, ich bin Level 6. Hi. Äh, morgen habe ich nichts gefunden. Kopf hoch. Sieh dich noch einmal in der Stadt um. Drehe mir ein bisschen. Ähm, ja, dankeschön. Jetzt kommt ein Katzchen, also würde ich sagen, bis gleich. Wer bist du? Und sie werden immer wieder auf dich kommen. So lange, wie du die Kabel wiederholt hast. Aber warum? Warum würde ich eine Kindheit wie du? Hey, was soll das sein? Nichts, jetzt, wir sehen uns die Kabel. Was? Da ist kein Weg, dass du das kriegst. Das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Ungewöhnlich. Ähm, Potion. Autsch. Soll ich vielleicht verlieren? Komm, hier hinter. Autsch. Warte, bin ich tot? Oh. Das sollte passieren, also würde ich sagen, bis gleich. Hey, du hast es gefunden. Schön, Leon. Still. Es sieht, wie es Dinge worse sind, als wir dachten. Ein viel worse. Ich bin Podcast. Was ist denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin so glücklich, dass du okay bist, Kairi. Kairi? Wer bist du? Ich bin der Great Ninja Yuffie. Ich denke, dass du es überrascht hast, Squall. Das ist Leon. Die Keyblade. Ja, wir mussten es weg von dir wegschrauben, um diese Kreaturen zu schrauben. Es ist so, dass sie dich an. Es war die einzige Möglichkeit, um dein Herz von ihnen zu schrauben, aber es wird nicht lange funktionieren. Aber es ist schwer zu glauben, dass du, von allen Menschen, der gewonnen ist. Na gut, ich glaube, die Beggen kann nicht auswählen werden. Warum nicht du nicht zu verstehen, was ist hier passiert? Okay, you know there are many other worlds out there, besides your castle in this town, right? But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed. The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts. That's what attracts them. And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report. Gorsh! Can we see it? Its pages are scattered everywhere. Scattered! Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find him. Yes. Those were my thoughts, exactly. We've got to find him, quick! Red! That's right. The keyblade. That's right. The keyblade. What's happened? I remember being in my room. Wait a minute. What happened to my home? My island! Riku! Kairi! You know what? I really don't know. Seltsam, seltsam. Okay, dann... Untersuch mir das mal. Abgeschlossen. Wow. Ähm, ja. Das ist Jufi von Final Fantasy 7. Das ist Squall. Okay, Leon von Final Fantasy 8. Und ja. Ich hab gehört, das Schlüsselschwert kann alle Schlösser öffnen. Probier's aus, wenn du wieder einen Schatzrohr oder eine Tür findest. Okay. Äh... Hallo? Ah, geht doch. Interessant. Äh, früher oder später werden dich die Herzlosen finden. Du sollst dich drauf vorbereiten. Mich vorbereiten? Um dein Leben zu kämpfen. Bist du bereit? Noch nicht. Wir sollten schnell verschwinden. Es ist gefährlich. Ähm... Okay, ich wollte nur... Speichern. Genau, speichern. Bevor es wieder losgeht. So. Ah. Äh, kann ich noch mit dir sprechen? Tu so, als sei dies ein Abenteuer. Äh... Okay. So, ich bin bereit. Yuffie, wir sollten zu Aerith rüber gehen. Das ist auch von Final Fantasy 7. Sollte inzwischen mit den anderen Besuchern da sein. Leon. Oh nein. Go! Go! Yuffie! Sora! Let's go! Kümmer dich nicht um die kleine Fische. Finde den Anführer. Gehen wir. Ähm, gut. Ähm... Nicht um die kleinen Fische kümmern. Tschüss! So. Irgendwo muss ich hin. Ich weiß noch nicht wo. Aber na gut. Hey. Na? Da wirst du mir sicher. Wenn du... Wenn es wunderschön wird, komm ich hierher zurück. Wie? Ach komm. Okay. Dann bleibst du hier stehen und... Ich erledige die Arbeit oder was? Okay, Moment. Dann erledige ich erstmal die. Wow. Das ging schnell. Ich glaube es sind nur noch drei. So 240, 241. Da sind die Beine. Ich muss einfach die Dino freinlassen, schätze ich mal. Ich weiß nicht mal, wie ich ausweichen kann oder so. Hm. Dann gehe ich mal hier runter. Ähm... Ich hau lieber mal ab. Ich habe eine Vorahnung, wo ich hin muss. Hm. So. Geh mir mal da hoch. Vielleicht hier. Komm. Ich will... ... dass du stirbst. Komm ich auch... Wow. Das sollte ich lieber abhauen. Gleich hier oben. Oh Mann. Du weißt gar nicht, wo ich hin muss. Oder Moment mal. Okay. Du wirst bereuen, mich angerissen zu haben. Vielen Dank. Und dann wollen wir weitergehen. Äh... Hier hoch. Genau. Ich glaube ich muss... ... hier hinten. Tschüss. Tschüss. Haha. Damit hätte ich es nicht erwartet, oder? Es ist nur so ein Gefühl, dass es hier ist. Genau. Dann würde ich sagen, bis gleich. Gorscht, sind diese die heartless Leute? Let's go get em. Guck in. Guck in. Oh Mann, müssen wir mit den Beinen kämpfen, mit Goofy und Donut. Abwehrkampf, Donut. Gut, halt mich mal, Donut. Dankeschön. Dann würde ich sagen, bis gleich, Leute. Okay, dann machen wir den Wurz-Kampf. Ja, komm mal her. So, erstmal's. Mist. Erstmal die Füße. Für Sicherheit. Oh, das ist auch knapp. Äh, ich mach eine Heilung, äh, Donut. Oh Mist. Oh, ganz schön. So. Die Füße sind zerstört. Nein. Noch nicht. Wiffi. Ähm. Ja, dankeschön. Okay, einen Fuß haben wir zerstört. Moment. Moment. Darfst du erst stellen als nächstes? Jetzt bist du oben. Und und ohne, ne? Wie ich's mir gedacht habe, beständig. Oh, doch nicht. Da ist unser... Oh Mist. Der Fuß ist wieder da. Wiffi. Äh. Donut. Ich bin tot. Okay, nochmal. Nein, bitte nicht. Ähm. Falsch Richtung gegangen. Noch einmal durch. Äh, überspringen. Okay, noch mal von vorne. Irgendwie habe ich jetzt Magie bekommen, oder? MP. So. Ich will Magie auch können. Achso, da oben ist die Leiste von Goofy und Donald. Das sehe ich erst jetzt. Moment. Das überspringe ich auch. Erst mal die Kieße. Wieso. Autsch. Äh, nur. Der Moor Donald ist wohl ein bisschen MP. Oh, der ist auch ein Zauberer. Ah, Dankeschön. Immer schön ausrüsten. Das war knapp. Okay, den ersten haben wir zerstört. Dann ist hiermit. So, Dankeschön Und immer so weiter Autsch Okay, das macht wirklich weh Ey, lass dir verlegst meine Freunde in Ruhe Okay, die kennen wir eigentlich noch gar nicht Jetzt Oh, es will nicht Oh, Dankeschön, Goofy Oh Mann Erstmal abhauen Und einfach nicht weiter angreifen Okay, den einen haben wir zerstört Der eben noch der zweite Hiermit So Auch zerstört Na, jetzt bist du ganz allein, oder was? Ähm Ich komm da nicht hoch Komm erst mal her Erledigt Maximum HP und so weiter Ich konnte es nicht lesen, aber gut Aber die sind ein bisschen lächst later So, you were looking for me? Uh-huh They too have been seeking the wielder of the Keyblade Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel I wonder if I could find Riku and Kairi Of course Are you sure? Who knows? But we need them to come with us To help us find the King Sora Sora Go with them Especially if you want to find your friends Yeah Yeah I guess But you can't come along looking like that Understand? No funning No such things Okay? Yeah You gotta look funny Like us This boat runs on happy faces Happy? Then Jack You got it GAAA GEillä Huh philosophies That one funny face That's one funny face You got it What why not? I go with you guys I'll go with you guys Dodo 작 Name's Goofy. I'm Sora. All for one, one for all. That little squirt took down that Heartless. Who'd have thought it? Such is the power of the Keyblade. The child's strength is not his own. Why don't we turn him into a Heartless? That'll settle things quick enough. And the brat's friends are the king's lackeys. Swag on the ice, they're all built rats by the look of them. You're no prize yourself. Shut up! Enough! The Keyblade has chosen him. Will it be he who conquers the darkness? Or will the darkness follow him? Either way, he could be quite useful. The Keyblade Bereite dich gut auf die bevorstehende Reise vor. Wir wissen nicht wie weit sich die Herzlosen ausgeweitet haben. Sieh dir mal die Läden an. Da kann man nette Sachen kaufen. Das ist von uns allen. Wow! Okay. Verwende es wie es dir beliebt. Viel Glück. Ich hoffe du findest deine Freunde. Mach ich. Pass gut aufeinander auf. Lass den Mut nicht sinken. Mach ich nicht. Der Gummijet steht draußen vor dem Tor. Von einem Speicherpunkt kann man auch in den Gummijet einsteigen. Einfach das Speicherpunkt aufrufen und Gummijet wählen. Aber man kann den Gummijet nicht von allen Speicherpunkten besteigen. Der was? Das ist unser Schiff. Warte bis du es siehst. Warte kurz. Sura, das ist für dich. Die Kraft der Hitze erhalten. Feier! Magie führt Magie aus Übereinstellungen. Ah. Jetzt kannst du auch Magie verwenden. Ufi, gib ihm das andere Zeug. Was? Du weißt schon. Oh ja. Brutzelbaum. Äh. Einige ihnen müssen mit. Andere sind bei ihrer Ausrüstung schon aktiviert. Mit diesen Abilities kannst du alles mögliche machen. Schätze, wir sollten uns unterwegs mehr von diesen aneignen. Okay. War's das? Lass uns gehen. Erst wenn wir fertig sind. Gut. Ich sehe große Abenteuer auf sie zukommen. Als Schronist werde ich alles in einem Tagebuch niederschreiben. Ähm. Ich würde sagen. Wir gehen erstmal hier hin. Moment. Tagebuch. Handlung. Okay. Das werden wir später mal lesen. Ability. Äh. Rutsch. Attacke. Putzebaum. So. Goofy. Goofy-Rakete. Oh. Donald kann ich nicht. Oh. Nichts. Ah. Das ist ja cool. Okay. Dann würde ich sagen. Ähm. Sag mal. Dieses komische Zeichen. Ja. Fall ich mich auch. Fällt es nicht irgendwie auf? Auf. Diese Trio-Symbolen. Man findet sie in vielerorts. Äh. In vielerorts. Und in verschiedenen Farben. Anfangs hergehen nur die blauen. Auf diesen Symbolen können Sora, Donald und Goofy ihre Kräfte fallen. Und ein Trio-Technik ausführen. Was zur. Komisch. Okay. Dann. Würde ich sagen. Wie es dann weitergeht. Das erfahren wir im nächsten Mal. Also Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.